Geht aber gar nicht in den Schildschirm. Willkommen zu Back4Blood. Wir haben ein bisschen Geld für den Shop. Vielleicht gehts hier richtig ab oder was? Kaufen wir schon Sachen? Ja, wir können jetzt Sachen kaufen. Man kann mir direkt eine Waffe kaufen, wie denn ist das denn? Hier sind die Linie bei M4s rum und so, ne? Ich nehme mal einen Molli mit. Und der M1A liegt hier noch, bevor ich die Waffe kaufe. Ja ja, hier liegen Waffen rum. Also hier liegen Waffen rum. Achso, das könnt ihr natürlich machen. Smart. Ich bin am überlegen, ob man sich Munition oder First Aid oder so kaufen sollte. Munition kauf ich mir auch noch mal voll. Ja, vielleicht ist die Idee. Kann man denn noch Arcoq drauf machen? Oder ein Laservisier? Ich glaube, ich gönne mir das Arcoq. Ja, Mann. Ich gönne mir Bandage, damit ich mich heilen kann. Gibt's hier noch irgendwelche... Gab's da auch Health-Zeug, bevor er gleich losgeht? Ja, das hab ich schon. Ich hab mir Bandagen noch holen. Ja, das hab ich schon gesehen, glaub ich. Ja, First Aid kau ich auch. Egal. Wunderbar. Also hier, Back 4 Blood ist halt wie Left 4 Dead. Ist auch von den Left 4 Dead-Machern. Ballern? Ballern. Ja, let's go. Ballern. Ihr habt Friendly Fire. Ne. Ja. Doch. Ich glaub auf dem Spiel kann's grad nicht. Hier noch nicht. Christian hat grad Schaden bekommen, oder? Ja. Nee. Aua! Nee, du kriegst zumindest so'n rotes. Von da kriegst du Schaden angezeigt. Ja, das hat's sogar schon. Faul schlagen. Hast du mich auf jeden Fall schon ein bisschen erschrocken hier? Ich hab halt nen Knüppel und ne Uzi. Also das ist schon okay. Oh, hier oben ist was zu essen. Nee, Kupfer. Nice. Warte, hier wird einer raus. Ich hab's halt gelb gefunden. Nice. Hallo? Äh. Tür aufmachen? Wo ist Branden? Wo ist Branden? Wo ist Branden? Wenn einer die möchte. Oben. Ich hab nen M4. Achter. Oh, ein Hackerball. Warte mal. Sollte man Knüppel haben? Oder sollte ich ne Schusswaffe? Ich nehm mal die Schusswaffe. Nee, du hast nur eine Schusswaffe. Ja, du hast nur eine Schusswaffe. Ich hab zwei, glaub ich. Hat Gluckert hier? Könnte Charakter sein. Mhm. Oh, geil. Äh, mein Bauch. Ich hab ein bisschen Hunger. Nee. Wie ist Jay da rüber? Achso da. Ich bin hier weitergegangen. Ja, ich glaub hier rechts. Da! Gluckert was! Oh Gott! Gluckert! Ah, der kann ja nix. Der kann ja nix. Wir müssen sehen, wie der auseinander gefallen ist. Es war gut, dass wir nen ARCOG haben. Ja, kommt ja noch. Wo können wir denn hier? Hier ist ne Kiste. Open Crate. Ich open die Crate. Wie liegen so viel Waffen rum? Shotguns und UMPs. Wer ist ja voll geschissen mit dem? Oh, da hast du dann noch Addons drauf und so, ne? Der hat weniger Schuss. Der hat weniger Schuss. Das Spiel ist noch weder. Wann erscheinten das nochmal da doch? Gar nicht mehr so lange, ne? Ne. Die Shotgun hat einen Adapter drauf für 25% weniger Magazinkapazität. Ja, und dafür kriegst du nix. Dafür kriegst du nix. Dafür kriegst du gar nix. Das ist echt füßt gerollt. Das ist echt füßt gerollt. Das ist echt füßt gerollt. Ah! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Ich dachte, das wär deine Freundin! Alles gut. Alles gut. 12. Oktober ist, glaub ich. Die ist dir so auf die Pelle gerückt. Hier haben wir noch ne UMP, falls einer eine möchte. Ich glaub, Waffen haben wir echt genug. Hier gibt's noch. Ja. Munizisen Aufsätze. Ich weiß halt nur nicht, welche welche ist. Also welche die zunehmende ist. Ich schieb's halt mal alles weg, ne? Ist ja easy. Hier ist ne Karte, wenn die einer kaufen will. Ja, raus zu 500 haben wir glaub ich nicht. Guck mal hier, die hat die Pistole, die hier liegt. Die hat... Die Pistole, die hier liegt. Das ist ein guter Typ. Oh, ich hab ne Gasflasche. Komm, wir machen die Gasflasche. Hinter dir! Bram! Ja! Easy. Danke. Let's macht Quatsch mit Gasflasche, wenn du hier die Brücke runterlässt. Ja, Moment, Moment, Moment. Wenn wir noch 25 Gold haben, können wir die geile... Ähm. Die haben die Brücke runtergelassen, Bram. Ich glaub, da kommt was. Ich wollt grad sagen. Bram stehst mal auf das Ding! Wirf! Wirf! Boom! Ich dachte einfach mal. Oh, war von hinten! Che! Das war ganz schön unbeeindruckend hier alles. Aber die sind voll in die Luft geflogen, er war voll smart. Headshots machen mehr Damage, geh ich mal von außen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Meiner Waffe ist eh alles One-Hit. Achso, Leute, ich kann die auch einfach mit der Pistole noch einfach abschießen. Oh, die ist aber scheiße! So, wo lag jetzt die Karte? Ah, guck mal wie Christian aussieht! Ja, ich bin ein bisschen rot, du auch! Und Jay auch! Und Bram auch! Wo ist denn die Karte? Welche Karte? Die kannst du umkaufen. Die ist zurück. Genug. Die ist im Haus rechts auf dem Boden. Oder links. Ich weiß aber nicht, ob die gut ist. Also, ne? Beweglichkeit am Sturm. Ach so! Minus Prinz Stamina. Das ist ja lauerhaft! Das ist so wie ich, wenn ich einmal in Bewegung bin, bin ich schnell, aber ich kann nicht lange rennen. Ich verstehe. Das meinte der mit Karte. Ich dachte, der wäre so eine Map. Nee. Nee, 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 nee. Warte mal, der steht, der lehnt hier einfach an der Wand, die Sau. Chillt der. Hat jemand ein Tool dabei? Ach, das war das, was wir brauchten. Das hätten wir uns kaufen müssen. Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Leider gar nicht. Wow, ich habe gerade einfach, glaube ich, so ein Munitionspaket verschwendet. Hier ist noch eine Kiste, könnt ihr euch noch mal was gönnen. Competition Stock. Ey, hier, das macht meine Waffe besser. Macht mal. Oh, hier ist ein Feuer, hier ist ein Feuerdenk. Warte mal. Ich werfe das rein. Alter, die Geräusche machen mich so kirre, Mann. Ihr macht die Tür gleich auf. Ja, warte mal. Und dann macht Bram die Gasflasche weg. Ja, Bram schießt das Ding weg. Pass auf, ich mache die Tür auf. In 3, 2, 1, auf. Ja, krass. Was? Mega. Alles voll. Ich glaube, die alles voll mit Gegnern. Da unten sitzt sie. Okay, Bram. Äh, die kommen hoch, die kommen hoch. Oh Gott. Ja, machen wir, machen wir. Was ist denn das Ding hingeworfen? Da unten. Ja, wohin denn sonst? Ja, das liegt so weit weg. Ich dachte. Haben die ... haben die halt weggeballert? Der hat sich hingesetzt. Oh, der hat sich hingesetzt. Oh, oh, oh. Ah, will der sagen, dass ich einen Taser habe und ich das gleich irgendwann tasern will? Ja, let's go. Geil. Pass auf, ich taser hier jetzt was. Careful, Birds can alert the Horde. Oh. Da sind direkt links so Vögel. Nicht zu sichten, Alter! Oh Mann! Achso, ich wollte die Vögel tasern. Okay, jetzt haben wir 500 Gold weniger. Alter. Oh, das tut mir leid. Ja, vor allem haben wir jetzt eine riesen Horde auf uns zu rennen. Ja, die machen wir ja easy. Wir haben ein paar Gegner. Kannst schon mal weiterlaufen, oder? Wir haben jetzt 500 Gold weniger? Ja. Ja. Oh, was machst du denn? Pickup. Oh, der ist geflogen, ey. Hoi. Ich hab mich ein bisschen erwischt. Ich seh nichts mehr. Seid ihr so blutig, oder was? Ähm, mal nicht näher. Wer bist du denn? Das klang jetzt nicht so gut. Na gut, okay. Wie seid ihr denn jetzt schon wieder aufgeschreckt? Das sind wieder Vögel. Ja, da wurde er. Die stehen hier auf den Busch. Du hast auf den Boden geschossen. Du hast auf den Boden geschossen. Du hast auf die Vögel gewollert. Ja, dann darfst du den trotzdem nicht abschießen, während der auf den Vögel steht. Ey, da auf der anderen Seite des LKWs liegt ne Waffe. Ähm. Ähm. Äh. Ja, wir machen die erstmal da oben alle weg. Ja, jetzt ist es eh egal, ob ich jetzt hier nochmal Vögel aufgeschreckt habe oder nicht. Komm her! So, sehr gut. Ich wollte die Vögel doch nur tasern. Wie kommen wir denn da nochmal hoch? So? Ja. Du bist auch Zielmediziner. Du weißt ja nicht so richtig... Hier ist ne M246. Will die jemand haben? Leichtes Maschinengewehr. Die ist natürlich dick. Ja? Achso. Ne, sonst nimmst du was. Ne, dann nehm die einfach. Äh. Oder kann ich mal schnell mal eine Steuerung stehlen? Kann ich die Aussätze da runter holen? Ne, ne? Ne, ich glaub das geht nicht. Ne, dann, 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 dann lohnt sich das nicht. Dann nicht. Okay. Äh, thank you for das Angebot. Kein Problem. Ey, sind aber ganz schön viele. So, ich achte, ich schieße jetzt gar nicht mehr hier rum, ey. Ich schieße gar nicht mehr. Ich hab Angst, dass jetzt wieder die Vögel aufgeschreckt wird. Da hinten siehst doch Vögel. An der, an der Claw von dem Bagger. Wieso krieg ich Schaden? Wo kommst du denn jetzt her, du kleiner Willi? Dann schieße ich da mal nicht hin. Hier ist ne Flashbang noch, wenn einer eine haben möchte. Euer Flashbang, euer Flashbang. Flashbang seh ich mir auch. Habe ich noch nicht. Nein, frächer. Da. Abwand. Hier, links ist die Blendgranate dran. Jo. Hier liegt noch ne Flashbang und Bandagen. Ja nice, Bandagen hab ich mir am Anfang gekauft. Hm? Wie sieht das überhaupt HP-technisch aus? Eigentlich ganz gut, oder? Ja, würd ich auch sagen. Weil munitionstechnisch wird's langsam eng bei mir. Echt? Boah, da hab ich denn, ich hab ne 3 Schuss. Ja, keine Ahnung. Hier liegt überall nur MP-Pistolen-Munition. Ich hab aber meine M4 mit ne andere Munition. Hast du einen, hast du zwei Waffen? Ja, nur ne Schottsgang. Ich schieß die ganze Zeit nur mit meinem Revolver, ey. Ich spring jetzt mal hier rüber, da steht nämlich schon Safehouse. Da hinten ist Safehouse, Leute. Da hinten ist Safehouse. Aber jetzt geh ich in die Garage. Und in der Garage gibt's noch ein paar Winnies, die unsere Freundschaft haben wollen. Aber wie hast du das nicht dann gemacht? Das ist automatisch an. Ähm. Hier sind ganz schön viele runtergekommen. Alles Gute. Ja, hier ist doch bestimmt irgendwas versch... Autsch. Fasch den Lampen an. Die Leute, nicht Volli erschießen. Das ist doch das, was ich brauche. Ich glaube, ich sollte mal so einen Verband benutzen, ne? Ja, wenn er... Ja, mach auch. Nein, dass du die Leifische verloren habt. Ja, da kommt man nicht hoch. Okay. Ja, Bram, du lässt es ja auch die ganze nur vorlaufen. Ja, ist auch okay. Ich bin... Ich muss auf die Vögel laufen, ey. Ich bin auch okay, den Bram vorlaufen zu lassen. Ja, richtig, Bram. Lauf du mal vor. Mach du mal ja alles weg. Ja, hier ist Geld. Hier ist Geld. Aua! Weißt du, Jay? Ja! Ja, genau! Als ob ich das jetzt wieder war! Du bist ein Rückverscher eingelassen! Ach komm Jay! Hä? Das ist Bullshit! Was ist denn hier los? Da steht ja dann, wer das war, ne? Ja. Dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt hier irgendwas gemacht habe. Das ist gut, dass das Spiel zum Blaming direkt beiträgt. Ja. Ja. Oh, hallo. Eier, ey. Na ja. Jay will auch die maximale Experience hier haben. Sepp wird von der an textige Jay verteidigt, steht hier, ja? Get into the safe room, steht hier. Versucht ihr mein Bestes. Geh mal weg, ne? Tschüss! Pass auf, Vögel können die Horde alarmieren. Ach so. Haben wir noch was geiles? Ja. In dem Raum sowas? Was ist das? Alter! Oh, der macht Feuer. Wir haben noch eine Cray? Oh, oh. Der macht ganz schön viel Feuer. Hoffentlich! Hier ist noch eine SCAR, falls da einer sich sieht. Und Munition. Ich hab schon die SCAR. Aber vielleicht hat die geilere, hat die Aufsätze die SCAR? Ähm. Die hat einen Aufsatz. Einen Schaft hat die. Die ist besser als meine Schaft. Ich nehm mal den A-Cock. Ein A-Cock hab ich hingelegt, das hatte ich gekauft. Was das interessant ist für euch, das andere Visier ist wohl besser. Kann ich irgendwie... Kann man Sachen jetzt abmachen? Ich wüsste nicht wie. Über Tadulator und dann kannst du auf die Sachen denk ich mal draufklicken. Ja, aber ich kann das nicht abmachen. Ich hätte sonst sonst gar gerne den Tactical Stock. Nee, ich glaub das geht nicht. Okay. Ist das hier eigentlich? Ist das Peders, Peders, Peders Ersatzkammer hier? Wo wir hier sind? Das ist Peders Ersatzkammer. Mit den ganzen Klos. Pass auf, wie der Klo kaputt gemacht hat. Ja, ja, ja. Schau deine. Ja, easy snack hier. Das war ja leicht. Für nen Warm-up. Ey, das kann mir keiner erzählen, dass ich jetzt dreimal die Scheißdinger da aufgeschreckt hätte. Von drei. Warte mal, das kann dir wahrscheinlich die Statistiken gleich erzählen. Jo, stimmt. Das muss Buggy sein. Mö ich jetzt F drücken? Ne, macht auch noch was. So, vorher ist das Problem verdient. Das finde ich noch sehr interessant. Das gab's in der Alpha nicht. F. Nice. Okay. Wie viele Infizierte habt ihr gekillt? 116 und zwei Mutationen. Witten, 90. 78. Aber eigentlich hat's doch gerne mein Prügel dafür. Ja, aber das gibt doch mehr Geld. So hättest du ihn, ja? Ja, aber das gibt doch mehr Geld. Nächste Woche Montag. So, aber gib it in diesem Kärtchen. Find and bring the specimen container to the end of the level to earn five. 500 Copper. Warum hast du das auf Englisch? Ich auch. Native Speaker ist auf gut. 20% Reload Speed jetzt. Also beim Download konntest du das aussuchen. Oh, mehr Munition habe ich genommen. Das sieht gut aus. Ach, okay. Ich darf jetzt noch eine haben. Ich glaube... Ne, Reload Speed. Warte mal, zählten die für alle? Ja, ne? Ähm, bin ich nicht sicher. Ah, ne, bei manchen steht Shared dran. Ja, bei manchen... Manche Karten wären für alle, manche nicht. Okay, bin ich hart ready oder was? So. Ja, die Teamfähigkeit, also deine eigene Fähigkeit, die wird glaube ich geshared für alle. Ja, also auf den Karten steht Shared. Das meinte ich. Okay. Okay, was haben wir denn da? Oh, nice. Den hätte ich gerne, glaube ich. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Schweißgerät, um das Ding aufzumachen. Ich hole das mal. Stimmt, diese Tool-Dinger, ne? Auf den Schlösser leise. Genau, sonst... Du kannst die auch öffnen teilweise, aber dann halt laut. Verkaufen kann man nicht, wa? Dann auf die... Ey, wo ist denn das Ding? Wo ist denn dieser Lockpick? Äh, Pickgun ist das unten. 3,50. Meinst du, wenn man den hier abschießt, ist das schlecht für's Spiel? Sehen. Ich nehme mir auch mal ein so'n Ding mit Lock7. Da haben wir zwei. Ja, nice. Okay, ready? Okay. Ich weiß nicht, weil ich auf der 5 habe... Oh, das war der Taser. Das ist der Taser. Auf der 5 haben wir diesen Lockpick. Der Taser ist awesome. Das ist der Taser. Ja, dann muss ich auch mal ausprobieren. Ja. Dann musst du runtergehen, dann haben wir die ganze Zeit 5 spammen. Alles klar. Da vorne kann man eine Karte noch kaufen, Leute. Wie geil. Da vorne ist noch eine Karte, die man kaufen kann. Was ist denn da? Reload Speed with Shotgun. 70%. Ja, sicher. Da spielst du mit Shotgun? Ja. Na dann. Easy. Ist die dann weg oder kann jeder die holen? Der Loot, der rumliegt, ist glaube ich nicht für alle. Doch, die kann jeder sich holen. Stimmt, die Karte. Muss nur die Kohle haben. Hier ist ne Sniper noch. Ja genau, jetzt haben wir Sniper mit. Wer habe ich jetzt eigentlich gerade meine Münzen gegeben? Einfach deine Beutel gelegt und haben gesagt, hier bitte schön. Wie bei so den Straßen Zeitungsdingern. Ja klar. Na klar. Ja genau. Und dann irgendwann kommt einfach einer und sammelt das ganze Geld ein. Using Bash does not interrupt your reload. Oh lol, was? Das ist so nice. Echt nicht? Das stand gerade in dem Bildschirm zumindest. Stimmt. Stand da ja. Kam jetzt hier nicht dieses große Vieh? Ich glaube auch, dass hier irgendwas Böses jetzt kam. Oh ja stimmt jetzt gerade gerade. Warte hin für n... Ja genau das! Ich glaube das! Ist das so ne Vermutung? Ich hab mal so ne Molly... Oh Gott. Ähm warte mal. Ja er war ausreichend. Gar kein Problem. Ich glaube das wartet. Ja aber der kann ja nix. Au! Du musst ja nur das Rote treffen. Easy game! Ähm. Du kannst die Steine die der da schmeißen möchte auch kaputt schießen scheinbar. Oh nice. Was macht der den? Wir sind voll gut! Er ist voll der Lulli! Der haut wieder an. Ist einfach abgehauen. Schwach. Jetzt kommt da irgendwie alles noch einfacher vor als das in der Demo war oder Beta. Das ist in der Alpha. Ja ja. Leute! What the fuck! Okay die Dinger sind richtig geil. Man konnte Schwierigkeit einstellen ja. Ja aber nur in Bezug auf Friendly Fire. Das ist ja richtig geil wie man... Leute die hinterm Zaun müsst ihr jetzt nicht Munition verschwenden. Klar! Es gibt aber mehr, mehr, mehr bessere Stats dann. Hehehehe. Okay ab hier durch. Kann ich am Ende euch das vorhalten, dass ihr wieder zu wenig gekillt habt. So wie du im ersten Abschnitt... Ja so wie ich immer die Vögel hole. Ja ja ja. Mhm. 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 Also ich muss sagen... Wer meinte das jetzt nicht... Zu fällige Standardkarte kriegt die eine oder andere. Hast du genommen? Ich hab eine genommen. Ja cool dann kriegt jeder die. Du kannst zwei nehmen. Hier auch. Wie frech. Woll mal wo der noch? Ah ja stimmt. Zwei nebeneinander. Boah ich hab zweimal die gleiche gekriegt. Ich hab zweimal Leben bekommen voll geil. Ich hab zweimal Ausdauer bekommen. Jetzt geht ab. Hab kann man glaube ich gedrückt halten. Wenn ich das richtig gelesen hatte. Mhm. Und dann kannst du dir die aktiven Karten angucken. Ich find's so super wie wir einfach... Oh oh. Ähm. Ja egal. Heute machen wir easy. Ja die kommen ja einfach nur durch den Eingang da hinten. Ne von hinten. Äh. Ganz viele. Ja alles gut. Drei. Sorry. Hey. Mehr. Oh Gott da sind richtig. Einfach reinhalten. Ah easy. Aua. 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 Alter Jay deine Mutter. Feuerlichter. Super. Guck mal der war doch... Aber nicht ich im Feuer. Der war doch gar kein Problem. Ich hab Benzin. Oh wir können wieder Bullshit machen. Das find ich gut. Das find ich schon mal gut. Ich hab Benzin. Wir müssen noch diesen Kanister da finden. Äh. Hier ist ein Defibrillator. Äh. Werde nämlich aber mal mit. Äh. Die müssen durchs Feuer rennen. Das ist super. Ich hab da noch Benzin zu werfen. Oh Gott. Ey Bram da ist Feuer. Das hab ich auch gemerkt. Geh mal da hin. Hier kommen aber einige Gegner. Naja. Ja aber die fallen ja auch mit einem Schuss um. Hm. Ne von rechts. Bei den. Bei den. Bei den Bloatern. Ey da musst du dich ja fast so. Da können wir den Challenge machen. Wir haben beides ein Geschleudertbild oder so. Ja. Die sind schon geil. Was habt ihr da gehört denn jetzt? Shotgun. Shotgun. Pistolen. Aber irgendwas ist hier nicht cool gerade. Oh. Oh da kommen super. Super viele. Super viele Alter. Ich bin gleich tot. Ne du standest halt daneben und warst unvorbereitet. Ich bin halt besorgt. Du meinst. Zu mir. Homerun. Haha Christian ey. Da ist wieder so Blower. Komm. Schieß mich. Oh Mann. Das ist voll lustig. Ja die haben wir easy gemacht. Schon knapp. So haben wir noch irgendwas. Gab es hier nicht ne Tür irgendwo? Magst du denn wenn Gegner brennen? Hier. Ah hier. Der Zapf hat doch nen Toolkit gekauft. Ja komm mal hier. Fünf drücken und let's go. Hä? Ach ja er hat gemacht. Ja ich schneller. Ja sag sofort. Manni, Manni, Manni. Manni ist ja für alle zum Glück. Ne. Ja. Kugelschaden. Nice. Zufällige Standardkarte. Cool. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden. Einmal heilen hier. Oh ne warte mal. Das kann nur einer machen. Ne. Nacheinander. Ah ok. Two free charges. Haben wir noch was? Ne ne. Warte mal. Und my health. Nice. Cool. Jetzt sind wir alle voll. So super. Und ich hab ein kleines Hacke bei. Oh let's go Christian. Jetzt hast du deine geile Bessie da abgegeben. Oh wir können was kaufen. Hier ist ne Crate. Hier dürfte ne Waffe drin sein. Ja. Zwei Waffen. Nimm alles. Nimm alles. Nimm alles. Nimm alles. Nimm alles. Nimm alles. Kann man den Sachen abschneiden? Äh. Weiß nicht. Willst du. Huck. Da ist einer. Komm mal her. Nimm auch noch Geld. Tür auf. Hallo. Oh. Ja easy. Nee aber die eine ist weggerannt. Also anstatt zu uns filmen ist die weggerannt. Der hat mich in der Hand. Ähm bam. Kein Ding der ist down. Hammer. War nix. War nix. Aber eine gute Erfahrung oder? Einmal in der Hand von den großen. Hier ist jetzt ein bisschen wie ein Container. Oh ne. Ah ja. Das ist unser Ziel. Ich nehm den mit. Ich hab ja mein Toolkit weggeworfen. Du hast zwei Slots, hast du. Ich glaube, es gibt nur eins, Jay. Das ist voll cool. Achso. Ich hätte jetzt ja auch Platz. So, dann. Da, 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 da. Way out. Na, alle mal rumfliegen. Hier rechts ist noch Shit. Der UG ist noch ein kleiner Shit. Ich musste mich bisher nicht mal verbinden. Das find ich echt krass. Braucht ihr die? Das ist ein Zivilisierung. Ich bin mit meinem eigentlich ganz zufrieden. Meins hat Firepower. Hier ist noch Shotgun, Moni. Da seh ich mich. Ich hab nämlich nur noch 46 Schuss. Warte, hör mal den. Shelter. Nee, kommt ihr nicht hoch. Okay, kommt ihr doch hoch. Nee, kommt niemand hoch. Wir machen die einfach alle weg. Axte die einfach. Vielleicht gibt's da ja noch was geiles. Ist das eine Kistchen? Hier ist so eine Riesenkiste. Aua. Fuck you. Scheiße, der M4 liegt hier bei mir. Ich bitte kuscheln. Das wird's tun. Hm. Das ist, was ich will. Okay. Hier kann man sich auch noch mal heilen. Das ist heilgedämpft. Falls Christian möchte. Ich weiß gar nicht, ob man im neuen Level einfach... Ich hab theoretisch auch noch Verbände. Aber das dürfte nicht so... ...blöde Idee sein. Was ist denn hier hinter? Hallo? Nix. Nix zu wollen, ne? Nee, ich glaube, wir müssen in diesen komischen Keller... Ja, ja, können wir auch sofort gehen. Könnten wir einmal kurz gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas haben. Yo. Dann ab da drin. Nix empfangen. Ich glaube, das ist auch schon geil. Mit Geld überall. Ich mag Moneten. Kannst du mal aufhören, mir auf dem Rücken zu hängen? Das war's. Ich glaube, das ist der Typ. That is it. Scheiße. Moment, ist hier noch was zu snacken. Tür zu. Ich glaube nicht. Ja. Der ist schlaß. Ja, bis jetzt ist das Spiel auch nicht so schwer, wie das damals war. Ich hab auch das Gefühl. Du kriegst relativ wenig Schaden, ne? Es gibt auch andere Charaktere, oder? Oder hatten wir die auch? Ich kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern. Aber der große Witz an dem Spiel ist ja, glaube ich, nicht der Koop-Modus, sondern der Versus-Modus, oder? Ja, je nachdem. Das ist auch schon geil. Tut eigentlich alles ganz geil. Schon ganz cool. Jawohl. Ja, 1600 The Money, Alter. Fettes Flypoint. Drei Continuous haben wir noch. Ja, guck mal, wir sind auch ganz am Anfang. Wenn das Spiel natürlich jetzt mega lang ist, dann versteht das schon, dass der Anfang vielleicht etwas einfacher ist. Ja. Dann hätte ich alles direkt. Souls. The Devil Return. Oh, da kann ich mich dran erinnern. Da sind wir, glaube ich, auch gestorben. So, was kriegen wir denn hier? Neues Kästchen, gute Karte. Der erste vier Abschnitt hatten wir damals gehabt, ne? Okay, complete the level without the cleaner being incapacitated. More than three times to earn. Okay. Geil, nochmal Reload Speed. Da sehe ich mich dann. Also, insgesamt oder einer? Ich denke mal, über die Gruppe verteilt dürfen nicht mehr als dreimal Leute down sein. Ja, dreimal down gehen. Aber einer darf nicht dreimal down. Ah, ist ja egal. Okay, meine Karte. Ich habe überhaupt keine Gruppenkarte. Was bin ich denn für ein Ego-Arsch? Ne, ich glaube, du siehst das nur was... Also, links siehst du dich, du hast deine Gruppenkarte. Du hast auf jeden Fall eine Gruppenkarte. Du selber bist die Gruppenkarte. Sperrtarte auf Team? Ja, so. Christian muss fertig machen. Ich habe die Karte ausgesucht. Ich wusste nicht, dass ich da nicht währenddessen einkaufen darf hier. Was haben wir denn da? Was ist doch besser als ein Menü hängen. 10% Accuracy. Ach so. Ein epischer Waffenaufsatz. Oh, Laser-Site. Habe ich noch nicht. Dankeschön. Gönn mir nochmal wieder so einen Pick-Gun. Wofür braucht man denn? Razor-Wire. Das lohnt sich eigentlich. Jo, 12% mehr Feuer. Ich habe euch noch ein neues, ein geiles ARCOG habe ich euch hingelegt. Du meinst dein altes, du meinst du? Ja, das ist trotzdem blau. Das ist rot. Blau, Alter. Blau habe ich genommen. J hat sich das gegönnt. Ich habe das direkt gesagt. Der ist, äh, in das. Okay. Weiter? Yes. Weiter. Weiter. Hacke, Hacke, Hacke. Hacke, Hacke, Beile. Push weg. Ich würde nicht wegpushen. Hutthauen. Was bist du? Oh, hinter dir. Oh, jetzt darf ich einfach so aufstehen. Ja. Das ist ein Mega-Crate. Die Mega-Crate. Oder so, echt. Was ist das? Da barb Wire. Ein Taser-Taser-Wire. Ja, ich habe die, ich habe die Pig-Guns. Also, ich kann leider jetzt, ich weiß, es tut mir weh, aber ich kann nicht tasern jetzt. Ja, ich behalte doch mal den Defibrillator. Ich nehme mal hier die Granate. Ich sehe Sepp gleich schon. Warum? Ja, wir gehen doch hier nicht down. Wir mussten uns doch nicht mal richtig heilen. Das stimmt, das stimmt. Nicht mal. Jetzt kommt doch die Witch. Jetzt kommt doch die Witch. Erstmal können wir den Laden ja aufmachen. Und so, haben wir das? Ich habe kein Tool-Kick. Der Jay hatte doch eins, ne? Ja, ja. Der Jay hatte das nicht im... Achso. Der Jay hatte jetzt nichts Neues gegönnt. Oh, ich habe die Gasflasche. Die nehmen wir gleich. Und den Kanister. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, wollen wir das hier präparieren? Hier rechts? Guck mal hier, guck mal hier. Oh, ne. Hä? Achso, ich dachte, ich kann mit Benzin jetzt Sachen hier hinmalen. Nee, nee, nee. Du kannst, du kannst das platzieren, damit das gleich richtig warm macht. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich kann mit den Benzin... Ich sag mal so, da ist ein bisschen Munition drin. Oh, krass. Da ist ein bisschen Munition. Oh, hab ich lacht. Dadurch, dass ich nur eine Waffe habe, brauche ich nur ein... Also brauche ich weniger Muni, das wird gut. Oh, erst mal heilen, sagst du? Oh, macht's gut. Ich habe auch hart wenig Leben. Bevor ich verschwende? Ja, nee, wenn du schon mal da bist. Lass mal warten. Ach, der Bram ist schon da. Warte, warte, warte. Mach bumm. Wuhu. Alter, wie du weggeflogen bist. Mit seinem Kanisterchen. Das macht doch gar nicht so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Also irgendwie, ich glaube schon, dass wir irgendwie auch leicht spielen. Äh, ich... Ja, ich probiere auch. Moment. Aber... Er macht ja nichts. Also, es war eigentlich witzig. Ja. Ja. Kommt her. Feuer. Ich will mal ganz gut sagen, dass ich mit einer Schriftwille spiele ich mir dann vierfach, wie wir sie hier draufhauen. Das ist wichtig. Ach, hey, gibt's Sniper-Shotguns. Oh, wir haben wieder einen Benzin-Kanister. Und ich hab ja eigentlich Leben verloren. Kann mir irgendjemand erzählen? Äh, runn mal. Ach, vielleicht hat einer dich angehauen oder so. Oh. Haha, Feuer! Feuer! Burn, Baby! Das ist ja hier. Das ist wie auf dem Schlachthof hier. Ah, wo sind die Schafe? Frau, warte mal, da hat irgendetwas gekotzt. Ja, ja. Ja, wo ist er hin? Da. Da. Ein kotze Vieh. Ah, wie ich muss sagen, Chris, hier easy defended. Ja, dankeschön. Was ist dein Bein geschossen, der armen Sau? Hier steht. I have to high ground, Anakin. Oh, shit. Oh, man kriegt übelsten Falldamage. Ähm, übelsten Falldamage. Sepp ist tot. Übelst. Ne, im Kippel. Sepp ist tot. Ja, also bei der Höhe hätte ich gedacht, du gehst drauf. Übelsten Falldamage. Guck mal hier, die hat auch Fallschaden bekommen. Ach, man kann's nicht mehr sehen. Wollen wir mal, haben wir was zum Explodieren? Ich hab leider nix dabei. Aber ich find's schön, dass Jays Name übrigens zensiert ist. Ja, völlig auch völlig schwierig. Komm, ich werd mal, ich werd mal die Flash hier. Wie, mein Name ist zensiert, weil ich der sexige Spieler war. Guck doch mal links in die, ja, genau. Und ich hab den Profanity-Filter eigentlich ausgemacht. Das steht bei mir nicht links. Da steht nicht dein eigener Name. Ah, ne, stimmt, da steht dein eigener Name nicht. Stern, 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 ge Jay. Ja, Jay ist auch schon der sternige Jay. Money, money, money. Das ist so'n kleines Sternchen. Wo sind die Vögel, Jay? Ja, ja, diesmal war ich das nicht. Das war jetzt so'n freudisches Ding. Na, wo sind die Vögel? Und in der Sekunde dachte ich, da sind sie ja. Diesmal war ich das nicht. Wollen wir mal, jetzt kommen hier so'n paar, ne? Ja, wobei, ich hör's halt ne Horde. Die kommen doch jetzt aus, oder? Ja, guck mal, bei Bram kommen die nicht. Nur bei Jay kommen die. Ich hab sie halt getötet. Und Jay hat sie aufgeschreckt. Ja, ja, bla bla. Da, guck mal, wer bist du denn? Oh, Christian, ran! Ran an den! Ah, nee, ich glaub ich fliege. Ah, ich freu' ich sie nicht. Hey, Soldat. Hacke, Spitz. Hier kann man sich heilen. Und hier kann man ne Minigun holen. Oh, ne Minigun klingt nett. Wenn man denn ein... Toolkit hat. Wenn man ein Toolkit noch hat, ja. Also, pränz ich dich auch nochmal heilen. Ja, hier oben ist noch ein Gewehr. Ein M16, falls jemand will. Ja, M16 seh ich mich nicht so. Aber da liegt noch Muni vor, wa? Fühl die Waffe, die ich habe. Eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also, da bin ich recht zufrieden mit. Ich bin auch mal noch richtig neus. Darf ich die Horde callen? Ja, hey, let's go. Ja, ja, call mal. Mach mal. Wo kommen die denn jetzt? Überall. Ja. Ich mach die Treppe mit, äh, Christian? Christian. So, ja. Ich weiß nicht mehr, ob hier noch ein anderer Zugang war. Ja, ich glaub, die kamen über die Treppe und unten halt. Was ist das? Was ist das? Natürlich, die kann ich einfach zumachen. Ja, wir sind nachladen und beballern. Das ist wie rot, Mann, vor dem ganzen Blut. Ja, du bist komplett. Ich seh meine Hand gar nicht mehr. Das ist krass, ne? Ich bin schon ein bisschen cool. Äh, wir sind von Bram verteidigt, nice. Einfach ein Teamplayer, der Bram. Klar. Wann mal links kommen jetzt so ein paar, ähm, ja, ich hab noch 300 kleine Freunde, die warten alle. Aber, kein Thema. Easy. Oh, hier ist noch ne Kiste. Dö, 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 dö. Da ist ein M4K-Ball. Ach, guck mal, da steht auch keine Teammates. Also, denen kann man Ammo geben. Jay, brauchst du welche? Ja, ich brauch Gewehrmunition. Was ist das? Kannst du nicht geben? Wie machst du das noch mehr Sinn, das aufzuteilen? Ja, wo ist man nicht hier rüber? Ja, ich hab nur noch drei Schuss. Warte mal, ich kann hier oben mal Muni hinlegen, Jay. Äh, da, 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 hier. Bedient euch. Wie geht das denn? Einfach rechts, die Gäuble. Schrotflinder hier, Bram, Schrotflinder, Gondja. Geil, mehr kann ich nicht tragen. Nehmen wir den Rest wieder mit. Oh, Leute, wirfst du die ganze Muni ab? Ja, ja, kannst du machen. Drop 5, das Licht ist links klick und drop all das rechts klick. Ja. Na dann. Nice. Let's go, Jagd. Da kommt der Save Room. Oh, danach kam das Boot, glaub ich, ne? Oh, hier ist eine geile Crate, Junge. Cool ist dabei. Decrease Time. Oh, der taktische, taktische geile Shit. Da brauchen wir nicht. Ist das alle vom Rappen, oder was? Hm, Wasserbrennen. War nicht ein Schlammschalz, oder? Macht das Schaden? Oder macht sich das nur langsam? Ja. Du bist so langsam gespült. Ne, das hat nur Pen gemacht, ich hab da wird kaputt geschossen. Hier ist eine Tür. Hier ist noch Klimawandel drin. Wobei, die kannst du doch, ach so. Hey, hier ist der Belgier. Hello. Der Belgier? Der Belgier. Der Belgier. Keiner gestorben. Klingeling. Ja, gar keine Props. Dann geht's jetzt zum Boot, ne? Ja, den Bootabschnitt, den machen wir jetzt noch. Ah, Special Ridden Killed, Junge. Drei Stück. Das weiß ich gar nicht mehr. Ganz so stark von mir, möchte ich mal ganz kurz hier sagen. Echt krass. Ja, schon krass. Oh, Survive Multiplier. Are you ready? Sigi. Der Schmerz. Unlock the crossing starting point. Ich will bestimmt, wenn wir hin. Kanova River Ferry. Was ist das denn? Das ist die Fähre. Ja, ne, wo Kanova ist. Gib mir was Gutes. Escape across the bridge. Okay, complete the level with all four. Cleanest life. Was kriegen wir ja wohl? Beides vielleicht hin. Da muss, ne? Komm schon. Ich kann so viel Munition mitnehmen. Ich habe plus 30% Munition. Ich nehme mal plus 10% Munition noch mit. Geil. Das schmeckt. Ja. Okay, damit haben wir denn hier schönes. Oh, Schally. Gut, das bringt mir ja nicht viel, ne? All we have to do is get across the river. So ein Lockpiggy wegen. How hard could it be? Improves the quality of all Frags and Monotauves. Plus 10% Team Health. Da sehe ich mich doch. Oh, ja, stimmt. Verbesserung offensiver Gegenstand. Ach, krass. Ist das forever? Ich glaube, das ist forever. Nice. Dann gunst ich das ja safe. Dann gönne ich mir mal ne Handgranade. Schau mal auf hier. Schau mal auf. So. Ja, können wir aufmachen. Ja, komm mal. Oh, mich. Hallo. Erstmal daneben schoss. Den ersten Schuss direkt einfach so in die Wand gesetzt. Aua. Oh, mit dem Schally geht der richtig. Moment. Schieß nochmal auf mich. Ich glaube nicht, dass du schon bist, oder? Hast du das doch ausgemacht? Das sollten wir echt anmachen. Beim nächsten Mal. Das sollten wir beim nächsten Mal anmachen, ja. Toolkit! Kann jemand das mit Diffen mitnehmen? Äh, Red? Äh, nee. Ich hab schon eins. Ja, bestimmt. Ich hab, glaub ich, zwei. Ja, ich hab zwei Wanderer. Nee, die Stungun brauchen nicht. Scheiß auf Taser. Ja. Hab gekopiert. Wir müssen runter. Hier unten sind ganz viele Mannis in dem Raum hier. Aua, aua, aua. Machst du auf, Bram? Mach weiter auf. Oh, ich glaub, der hat wieder die Raben gekriegt. Nee, am Arsch. Ähm. 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 Wir mussten die da ja auch schießen. Wir müssen rüber zur Brücke. Die kommen da jetzt endlich lang. Ja, hier ist schon offen, Leute. Wir können schon rennen. Wir müssen einfach durch die Wand. Ich geh mal rüber, ne? Tschö. Alter, was ist hier? Einfach rennen. Ich glaub auch, rennen ist die beste... Ja, hier ist so ein Vieh. Der ist zwischen uns. Ja, töd. In dem fetten Hoden. In dem fetten Hoden? Aua. Wer ist tot? Okay, weiter. Wer würde ich sagen, ich bin tot? Oh Gott. Er hat kurz Money eingesammelt. Quatsch. Die haben ein bisschen an dir herumgefummelt. Weil ich ein gieriger Geiler Wichser bin. Weil ich ein gieriger Geiler Wichser bin. Der sah nicht gut aus. Hier ist nochmal Money. Ja, ich hab ein paar Wichser genommen. Ich dachte, du riechst das. Ja, aber das ist kein Gold. Oh Gott, da kommen jetzt aber ganz schön viele raus. Okay, Esken's a Ferry. Hier ist nochmal Geld. Nehmen wir mal mit, ne? Hier ist nochmal Geld. Ähm. Wir haben, Jay, Jay kommt aufs Schiff. Warte hin, ganz ruhig. Ich war doch noch gerade am Klieren da. Ich hab hier 30 Viecher um mich. Ach, Quatsch. Hä? Oh, der Dicke hat mich. Ja, ich heiße, ich schieße. Da hab ich. Also der Trick ist, dich nicht treffen zu lassen. Ja, ich glaube auch. Okay, ab nach oben. Ja, ist ja kein Problem. Ja, das ist auf jeden Fall auch weniger krass. Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst wäre ich safe draufgegangen gerade. Ah, easy snacks. Okay, Bram, jetzt ist die Frage. Willst du rennen oder willst du ballern? Äh, ich mach kurz noch die Crate auf. Ich glaub, ich renne. Hä? Äh, Jay fehlt noch. Ja, 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 ja. Was machst du im Ramm? Dann würde ich mir schon mal die Migern hier aufstellen. Mach das schon mal. Okay. Ah! Oh, Jay hat ver... Hilfe! Oh, das wäre aber bitter, wenn du vom Boot fliegst. Ey, ihr habt gerade woanders hingeguckt. Wir haben unser Team. Ist okay? Ja, wir müssen zusammen. Ja. Wer macht jetzt was? Christian ist an der Minigum und wir müssen das Ding holen. Du kannst auch nicht Minigum, wenn du möchtest. Ich hab dir nur schon hingestellt. Wir müssen das Schiff jetzt... Okay, jetzt. Plant Explosives. Aber wir müssen die mitnehmen, wa? Nicht vergessen hier. Ah, ja, stimmt. Jeder muss einhaken, oder was? Ich hab einen. Wir haben zwei Ziele. Habt noch wer einen? Nee, ich hab... Ich hab einen. Okay, Jay hat noch einen. Okay. Ich däpp' mir gleich jetzt da... Kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Team Minigum, das ist so krass. Aber die hat ein bisschen Anlaufzeit. Ich bin... Ich bin festgefasst. Fakt. Wie krieg ich dich denn weg? Ja, keine Ahnung. Ihr müsst mich irgendwie retten. Fünf. Bäschen. Einfach draufhauen. Achso. Achso, nee, ich hab das umgelegt auf fünf. Ups. Oh Gott. Hi. Moin. Den Spucker müssen wir es wirklich machen. Den Spucker... Wir müssen... Boah, Junge. Der hat einen riesigen... Boah, der hat... Gegner auf einer Treppe kann ich nicht kaputt schießen. Ja. Äh, okay, wir müssen noch einen weiter runter. Hier. Wir müssen weiter vor, glaub ich. Da vorne geht die Seite runter. Der fasst keine Gewehrmolition. Hier, hier. Hier, ich bin unten. Ja, ich auch. Noch einen weiter runter. Hier runter. Hier bei mir. Ja, ja, da seid ihr richtig. Hier ist der... Hier ist der Turbinenraum. Ja, sieht gut aus. Hier wird geplantet. Planting the explosive. Nice. Okay. Wo sind denn die Viechers? Ach, Christian macht die alle weg, ne? Naja, hier oben sind gerade ein paar, die zu mir gelaufen kommen. Aber die sind kein Problem. Ja. Ja, gut. Abgeplantet sofort. Ah, wir stehen neben dir. Okay, raus da. Kommt her. Geschmeidige Minute. Direkt mit Geld. Oh, da ist der Jumper. Versuch. Da unten sehe ich übrigens keinen. Also da kann ich nicht hingucken. Ja, ja. Wir müssen hinten die Treppe hoch. Also ab nach oben. Da vorne die Treppe hoch. Das ist da vorne, da gibt es auch eine Treppe. Äh, schießt mich allein, ne? Leute, ich bin gepinnt. Jo, 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 ich komme. What the fuck? Kriegen wir Christian, kannst du den losschießen? Nee, ne? Ja, guck mal jetzt, ja. Ich hab mein Ausdauer. Kriegen wir hin, 30 Sekunden noch, alles gut. Ja, ich hab auch noch die Hälfte an Leben, also. Ich renne, ich renne. Das zieht dir aber schon gut schnell ab, ey. Ja, ich renne nicht, wenn ich kann. Ja, die hauen auch fünf Viecher auf mir rum. Also die können nur abschießen, dann krieg ich weniger Schaden. Ich hab ein Problem. Danke. Ja, ich geh Christian holen. Oder? Ich hab ein Problem. Jay, komm, 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 komm. Ich hab clean. Äh, Jay, du hast noch ungefähr, äh, nur fünf Sekunden. Wuhuuhu. Alter Vater. Das war... ...Gedacht. ...Close. Ja. Easy. Nice. Ja, easy. Ja, easy. Das war fast full life. Full life. Du hast auch nichts getankt. Das ist richtig. Jay hat dich protected. Ich hab stattdessen die Special Ridden hab ich gekillt, weißt du, krass, wenn ich mit Christian. Was sind Ridden? Achso. Special Ridden, ey. Boah, da geil. Na, mach schon Bock. Ja, definitiv. Ich freu mich da wirklich drauf, wenn er dann... Jaja, das wird geil. Da hab ich auch Bock drauf. Auch schön infiziert zocken, Leute, verarschen, ärgern, das wird geil. Da freu mich echt drauf. Ich weiß nicht, das haben wir mal gegen die Rocket Beans gespielt. In Left 4 Dead, ja. Das war, das war mega cool. So, wenn ihr Spaß habtet, dann lasst jetzt ein Like da. Wir erhöhen fürs nächste Mal den Schwierigkeitsgras. Blue Dog Hollow geht's dann weiter. Ich liebe euch alle, manchmal auch zweimal. Bis dann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Tschüss. 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 Tschüss.